Guten Morgen ihr Lieben, wir haben Pfingstmontag und wir sind unterwegs und was wir genau vorhaben, das können wir euch gar nicht sagen, aber einen kleinen Tipp, wir verbringen unseren Pfingstmontag an der Tanke und nach dem Intro geht es los. Na, wisst ihr jetzt wo es hingeht? Hallo liebe Freunde, wir sind heute auf dem Autohof in Geiselwind und hier findet wohl das krasseste Traka-Treffen Deutschlands Europa statt und da nehmen wir euch heute mit. Los geht's! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Schicke Gürtelschnallen Ja, die sehen aber nicht so schlecht aus. Aber ich habe ja eine. So viel Essen und Trinken ist ja gesorgt. Ach ne, sind alle Stände. Ja, das sind so Western-Sachen, die du kaufen kannst. Aber Hüte sind immer interessant. Guck mal hier. Du wirst ja nicht wieder mit dem Hut durch die Gegend laufen. Warum nicht? Oh, Stiefel. Haben wir ein Stiefel. Brauchst du noch ein Pferd? Die sehen doch schicker aus. Ein Darmstiefel. Gefällt dir nicht? Doch. Finde ich schon cool. Ja, hier müssen wir schnell durch. Sonst werden wir wieder von Youtube abgestraft. Na ja, ist ja. Machst du Musik rein? Fischbrötchen 5 Euro. Na ja, das geht ja noch, oder? Ja. 4 Euro, 5 Euro. Guck mal, hier gibt's Krippeli. Guck mal, hier gibt's Krippeli. Guck mal, hier gibt's Krippeli. Guck mal, hier gibt's Krippenbrötchen 5 Euro. Und nicht wie in Hamburg. Ja, 15 Euro. Ja. Sieht aber auch gar nicht so schlecht aus, oder? Ja, lecker. So, gehen wir wieder raus, weiter. Wir gehen da hinten weiter. Schau mal, wer zu hoch kommt. Traumfänger aus Federn. Naja, das ist doch was für's Wohnmobil dann. Nee. So was kommt mir da nicht rein. Willst du deine Träume nicht einfangen? Pizza. Da können wir nachher noch ein Bierchen oder was trinken, oder? Ein Radler. Schokofrüste gibt's auch. Das sieht ja echt aus wie auf dem Volksfest, was? Heiß gibt's auch. Da ist schon eine allerhand aufgebaut. So. Und hier wieder ganz viele schöne Trucks. Guck mal, so ne Schäde hab ich gemacht. Ja. Wie kannst du das machen? Hast du dir die machen lassen, oder was? Ja. Ja, und das meine ich hier. Guck, da musst du dir sagen, ein Autoschild kaufen. Ja, ist klar. Aber das machst du nicht. Jetzt kann man sich die Schäder machen lassen. Wenn du schon deine Autonummer wüsstest, könntest du dir eins mitnehmen. 0815. 0815, ja genau. Das sind viele Schädchen hier. Ja, sehr klar. Die legen sie sich alle ins Auto. Ja, ist ja richtig. Würde ich ja auch machen. Das könnte mir gefallen. Was hast du denn? Hier wohnen Petra und... Mit uns am Auto dann drauf. Ja. Ich sag ja, es gibt's schön. Guck mal, unsere Lucy ist hier drauf. Hier, guck mal. Da kannst du mal die Internetadresse vielleicht abfilmen. Ja, mach ich. Vielleicht hat ja irgendjemand da ein Interesse. Machen wir hübsche Sachen. Das ist dann die Adresse dazu. Ja, hier gibt's noch mehr. Oh, hübsche Sachen. Hm. Machen wir eine Rote. Ich bin gelben. Damit ich recht doof aussehe. Ich? Der ist für Frauen. Gut, es reicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ein schöner wir werden uns jetzt wieder auf dem nachhause wegen machen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da abonniert unseren kanal das hilft uns weiter und dann sehen wir uns im nächsten video aktivieren dann verpasst ihr kein video mehr